ja abenteurer helden herzlich willkommen zurück zur letzten folge von hyperlight drifter zumindest glaube ich das denn wir werden heute den letzten abschnitt von hyperlight drifter antreten hyper light drifter antreten und dem fahrstuhl zum endboss gehen wir werden gleich noch mal schauen ob wir alle obelisken also tafeln gefunden haben aber ich glaube eine fehlt uns noch und ich weiß halt nicht ob in dem letzten areal noch ein obelisk zu finden ist und daher gehen wir jetzt rein und spielen weiter starten dort wo alles begann im haus unseres retters dem helden mit dem magenta pinken outfit der uns damals gerettet hatte genau so in der letzten folge haben ja noch mal geschaut was es mit den ausrüstungsfarben aus sich hat und haben festgestellt dass sich ausrüstungsfarben auch auf unsere fähigkeiten auswirken so zum beispiel müsste das dunkelblaue cape outfit unsere schwert kombos schneller machen unser orangener begleiter müsste die granaten schneller laden lassen und unser schwert was war das denn noch mal glaube ich verbraucht weniger stamina oder lässt sich schneller aufladen so hier für diese kiste fehlt uns noch eine tafel allerdings möchte ich jetzt nicht noch mal alle gebiete durchgehen um die letzte tafel zu suchen denn wir mussten ja bereits einmal als wir unsere hardware neu eingebaut haben das komplette spiel neu durchspielen innerhalb von ein paar stunden und haben da eigentlich auf alles geachtet deshalb glaube ich kann es gut möglich sein dass die letzte tafel im endbereich zu finden ist und wo ist denn nun dieser ominöse endboss der befindet sich hier unter dem zentralen punkt unserer stadt wir können noch mal laden nein das war dumm aber einfach ein ja immer wieder die steuerung wir können noch mal die map revue passieren lassen die ganzen bosse im norden der vogel magier im osten der befallene froschkönig im westen der christine königskrieger und im süden gab es ja nicht wirklich einen endboss sondern mehr diese biomechanischen Kämpfer, den Sensenmann, den Archer, also Bogenschützen und den Magier. Und am Ende auf den Turm, wo wir die Raygun gefunden haben, gab es dann den Wellenemulator, also mehrere Wellen an Gegnern haben uns bekämpft, bis wir dann schließlich gewonnen haben und uns die Raygun holen konnten. Und jetzt geht es schließlich hinunter. Wir sind gespannt. Ach, jetzt haben wir noch ein Medikit vergessen, weil wir auch so sehen, eins genommen haben. Aber ich glaube, mal hier unten bekommt man noch welche. Da kommt wieder Cyberpunk durch. Erinnert mich durch die Tiefe des Levels auch gerade extrem am Blame, also den Anime, wer den nicht kennt, auf Netflix, auf dem Menschen so weit zurückgedrängt wurden, weil Maschinen die Welt übernommen haben und sozusagen immer weiter diese Art von Stadt ausbauen. Immer mehr Ebenen kommen dazu, tausende von Ebenen, auf denen Maschinen vorherrschen, überwachen und Menschen sich nur noch durch irgendwelchen Schleim ernähren können. Ja. Und da erinnert mich das gerade extrem dran. Jetzt können wir das Ganze, den Abschluss von Hyper Light Drifter. Da ploppen der Schatten auf von dem bösen Wicht. Von dem bösen, böse Wicht. Und wie auch in Blame scheint hier, wie auch in den unterirdischen Laboren, die wir bereits kennengelernt haben, die Verschmelzung von Biomaterie und Maschinen immer weiter fortzuschreiten. Irgendjemand hat auch daran geforscht oder muss ja daran geforscht haben. Da ist die Boss-Tür. No, verdammt. Boss-Tür und ein Medikett fehlt. Moment, können wir hier auf die Map? Nein. Können wir nicht auf die Untergrund-Map zugreifen oder doch? Ah, hier, guck mal. Ach nee, das ist ja bloß die unterste Ebene. Komm, wir gucken mal rein. Falls wir jetzt sterben, was eh wahrscheinlich passieren wird, können wir ja nochmal einen Cut ansetzen und dann nochmal Medikett holen. Aber bei der Waffe bin ich mir noch nicht sicher. Ich weiß halt nicht, was jetzt passiert. Ich denke, die Raygun ist gut. Und da die Schrotflinte schon extrem gut geholfen hat, bei großen Gegnern, weil jedes Pellet einen Schaden macht, werde ich mal die Schrotflinte einpacken. So, gut. Nahkampf und fernkampfwaffe. So. Oh, noch ein Laborkomplex. Verdammt. Da husten. Ja, na super. Mediketts. Können wir hier jetzt nicht noch den letzten Point finden, der uns noch fehlt, für die letzte Tür. Okay, Leute. Los geht's. Ziehen. Mediketts. Granate. Alles klar. Pudor. So, was passiert jetzt? Ah ja. Mit Biomaterie verbundene Maschinen. Da ist der. Okay. Wow. Was, bist du hier Venom oder wat? Oh. Hallo. Was ist das denn? Oh. da macht er uns der freund keine munition mehr okay die hände schwitzen knapp knapp ich denke mal es gibt mehr schlachere phasen die dritte welle ok da habe ich nicht gerechnet ok aber so schwer wenn man ihn einmal kennt glaube ich ist er nicht was vergessen wir granaten ah der war gut der war gut der war gut weiter so so jetzt kommen sporen ausweichen da hat ja voll die vorhalte rotflinte hätte zurückschlagen ja 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 gleich sind kanal wieder ready gehen wieder auf railgun da wir jetzt abstand nehmen werden heilung gut die heilung war nicht nötig so konzentration das wird erst die erste phase sein es gibt mehrere hundert pro hier ja schade nein weg 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 heilung so phase 1 hoffentlich dauern oder ist er komplett in den kopf das kann es auch noch nicht gewesen sein es ist dafür waren seine schämen und angriff das muss doch viel zu einfach okay müssen wir müssen raus oder was ja ich glaube schon raus hier steine ja da kommt doch noch mal anubis hilf uns schick uns raus komm unserer hält muss überleben ha immer wenn wir daschen wollen kommt die russ animation leute jetzt wenn du nachtäusch alles alles schip schub alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und sie dann kommen Wir sind durch! Cool! Also ich fand's mega! Tolles Spiel! Was mir nach The Messenger so richtig die Liebe für so eine Pixel-Indie-Games wieder in die Flamme entfacht hat. Jetzt müsste New Game Plus freigeschaltet sein. Boss Rush New Game Plus Und dann mal reingucken? Ja komm, wir gucken mal rein. Ähm... Die Frage ist jetzt... Ich mit New Game Plus... Achso, nee, nee, nee. Verweiten nicht. Ähm... Nehmen wir jetzt einfach anders. Ja gut, okay. Nehmen wir jetzt einfach anders. Verweilen wir jetzt erst. Ja gut, wir sind einfach anders. Ja gut, wir sind einfach anders. Jetzt wird es wieder laut. Das sind die Riesen im Hintergrund. Aber was hat sich jetzt mit diesen Riesen auf sich? Wird das eine außerirdische Rasse, die auf den Planeten gekommen ist? Dort gebaut, was ja auch möglich ist. Die Riesen im Hintergrund Der Riesen im Hintergrund Da kann man immer viel spekulieren. Waren die Titan jetzt einfallende auf dem Planeten, hat sich dann die Planeten eigene Macht herausgestellt in Form von Anubis und dem Endboss. Also unserem Gleiterhund Anubis, weil anscheinend sind ja auch die Türme von ihm aus dem Untergrund der Welt entstanden oder einfach nur emporgestiegen. Fragen über Fragen. Wir haben immer noch wahnsinnig gut gemacht. Ohne Stimmen, ohne Sprecheinlagen. So, New Game Plus. Genau, in New Game Plus starten wir nämlich mit diesem Outfit. Können es nicht ändern und haben nur zwei, aber ich glaube ich habe gelesen, maximal später drei Lebensbalken. Fähigkeiten behalten wir. Waffen nicht. Und wir haben anscheinend erstmal maximal nur drei Medipacks oder es war das, was ich mir gemerkt habe, dass wir nur drei Medipacks bekommen. Das wäre schon, also das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer mit maximal zwei Lebenspunkten. Und nur drei Medipacks. Aber gut, wir wollen ja eh nochmal reinschauen. Jetzt ist halt die Frage, ob die Obelisken-Steintafeln jetzt wieder alle gefunden werden müssen. Aber gut, da kommen wir jetzt eh nicht hin. Können wir nochmal hier hinschauen. So, Abenteurer. Ich habe, ja, gegoogelt, weil, und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, der letzte Monolith, der mir noch fehlt, der ist so... Och, warum habe ich da nicht geschaut? Wir sind im Westen. Also hier ist die Hauptstadt. Wir sind im Westen am Teleportationspunkt. Und müssen jetzt hier hoch. Wir gehen den Weg schnell nochmal, weil lang ist er wirklich nicht. Wir können jetzt nochmal über Hyperlight-Schrifter ein bisschen resignieren. Ne, sag mal resignieren. Oder senieren. Was es mit der Geschichte auf sich hat, die ist ja nun sehr kryptisch. Ich weiß, dass die Monolithen, also die Schriftzeichen auf den Monolithen, eine tatsächliche Sprache haben, die man allerdings außerhalb vom Spiel übersetzen muss. Also jedes Zeichen hat, ähm, einen Buchstaben. Und so kann man die Geschichte erfahren. Ähm, es geht im Spiel generell um diese lila Materie, die wir überall finden. Also auch in den Kanistern, die, wenn wir draufschießen, explodiert. Man sieht ja auch überall niederleuchtende Schrift und Co. Und das sind die, ähm, das alte Volk sozusagen, die, ja, ähm, Librarians oder wie sie heißen. Also die, oh, Raygun. Äh, die Rasse, die sozusagen das ganze Wissen ihrer Welt gesammelt hat, nutzt diese Energie auch, um ihre Titane anzutreiben. Und wenn wir jetzt hier, genau, wir kommen hier oben sozusagen aus dem Boss-Level, aus dem Kristallkrieger-Level raus. Und starten dann ja hier. Hier ist alles dunkel. So, und dann stehen wir hier. Und dann bin ich hier einfach weitergegangen und hab nicht gemerkt, dass hier diese Einbuchtung ist. Oder hab da nichts vermutet. Auch wenn ihr da reingeht. So, dann kommt ein Überlebender von den, ähm, ja, Bibliothekanen, oder wie man sie nennen möchte. Und zeigt euch dann das. So, jetzt sehen wir uns ja immer noch einen Punkt von der, äh, Tür rechts oben. Ich will da jetzt mit dem Finger drauf, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, da wo der Schlüssel ist. Also sozusagen ein, ähm, äh, Schattenschema von einer Person, die da tot immer rumliegen. Aber dahinter bekommen wir nur eine weitere Ausrüstungsfarbe, die jetzt aber nicht notwendig ist. Und die will ich auch nicht suchen und nochmal vergleichen. Bei den Monolithen war es relativ einfach. So, Leute. Hm. Jetzt gehen wir zurück in die Stadt und besuchen das Monolithenzimmer. Die Monolithenhöhle. Vielleicht öffnet sich ja da noch die letzte große Tür. Das letzte Geheimnis. So, dazu. Was ich ebenfalls erst sehr spät rausgefunden habe. Können wir uns... Ja, auch wenn wir aus den Monolithenzimmer rauskommen, kommen wir ja hier raus. Aber da können wir natürlich auch zurück. Ich bin da anfangs immer in den Norden. Die Treppen runter. An den Anfangs, äh, Feuerstelle gespawnt. Also wo wir gespawnt sind hin. Und da waren wir dann. Aber wir können doch hier durch. So, wie ihr seht, haben wir jetzt alle Monolithen gesammelt. Und können die Truhe öffnen. Auch ein Outfit. Okay. Dann gehen wir doch gleich zurück und legen das mal an. Und während wir teleportieren, gehe ich mal kurz in den Browser. Und Google kurz Hyperlight Drifter Outfit. So, jetzt müsst ihr doch uns das Fandom-Wiki anzeigen. Ist das jetzt Yellow oder... Ja, da müssen wir nochmal genau die Farbe angucken. Aber gut. Ich habe, glaube ich, mal gesehen, dass... Sozusagen das Outfit, was wir gerade gefunden haben, Leute bei dem Endkampf benutzen. Ähm, Kleider. Das hier ist das. So, jetzt gibt es... Das ist weder orange noch gelb. Ocker ist das. Okay. Erhöht unsere HP-Anzeige um eins. Ja, tut es. Nice. Ähm, und wenn ich jetzt alles Ocker anlege, kriege ich dann noch mehr dazu. Was ist denn das Ockerschwert? Wie sieht das denn aus? Das ist jetzt das hier. Und der Ocker-Begleiter... ...müsste dann der hier sein. Aber haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Points. Wenn ich jetzt eins wegnehme, sind wir immer noch da. Wenn ich noch eins wegnehme... ...we sind wir immer noch bei sieben. Was bist du denn für einer? Du bist nicht weiß, was... ...moment... ...moment... ...ähm... ...sprite... ...ne, das ist Black. Das ist der New Game Plus Spaß. White Spirit... ...nein, Fuchsia... ...nein... ...blau... ...blau... ...es ist blau. Okay, also der Schwert-Kombo-Begleiter. Okay, ja Leute, dann haben wir das letzte Geheimnis erstmal gelüftet. Was hinter den großen Steintafeln... ...ich dachte, da öffnet sich jetzt noch eine riesengroße Tür... ...und wir bekommen irgendwie noch Story mit. Aber gut. Das war's. Ja, Heldenabenteurer. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf der Reise... ...in Hyper Light Drifter bis hierher bekleidet habt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Welt zu entdecken... ...den Grafikstil zu frönen... ...und dem Soundtrack auf jeden Fall. Auch die RPG-Elemente, was Fähigkeiten angeht... ...und Waffen finden... ...und Kampfsystem... ...und Gegner-Design... ...und Gegner-Kampfsystem... ...also Gegner-Skills... ...fand ich mega gut. Vielleicht machen wir später dann nochmal eine Folge... ...obwohl das ja die letzte sein sollte... ...mit dem Wellen-Emulator, obwohl es da dann auch nur ein Outfit gibt. Aber ansonsten soll es das hier erst mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Schaut bei anderen Projekten vorbei. Wir haben jetzt mit Ghostrunner gestartet, was man... ...ja, bisher schon wahnsinnig gut erfällt. Das ist genau mein Style. Ich hätte nie gedacht, dass es aus der Ego-Perspektive so gut funktioniert. Und ansonsten haben wir als anderes Top-Down-Game... ...jetzt Hades angefangen, was ich ebenfalls noch länger spielen werde... ...weil es mir auch sehr viel Spaß macht. Ja, ansonsten... ...lasst gerne einen Like, Comment und ein Abo da, wenn euch der Content gefällt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und beim nächsten Spiel. Bis dahin und ciao!